Wie ihr alle wisst, habe ich mit Fabi eine Wette am Laufen. Ich muss Jonas Ems den Backflip in 5 Minuten beibringen. Jonas hat wirklich sein Bestes gegeben. Aber 5 Minuten ist echt eine verdammt kurze Zeit. Nachdem wir alle Vorübungen durchgemacht haben und die nicht wirklich bei ihm funktioniert haben, bin ich irgendwann langsam ins Zittern gekommen. Und was Fabi dann mit meinen Haaren angestellt hat, seht ihr in meinem neuen Video.